Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Wie versprochen heute ein weiteres Video zum Thema Raspberry Pi. Ich erkläre euch, welchen Raspberry Pi ihr grundsätzlich für den Amateurfunk nutzen könnt, welches Betriebssystem in Frage kommt und vor allen Dingen, wie ihr Amateurfunksoftware hier auf diese kleine Kiste bekommt. Dann könnt ihr nämlich ein solches Setup hier realisieren mit einem Portabeltransfer wie dem Icom IC705, einem Raspberry Pi 4 auf einer Powerbank und einem Tablet, das den Bildschirm des Raspberry Pi anzeigt. Und hier läuft, wie ihr sehen könnt, WSJTX mit FT8. Wie das alles funktioniert, zeige ich euch jetzt. Klären wir zunächst einmal, welchen Raspberry Pi ihr für den Amateurfunk nutzen solltet. Auf der Wikipedia-Seite findet ihr da eine Übersicht über die einzelnen Modelle, wann die rausgekommen sind, wie die ausgestattet sind. Jetzt ist es natürlich entscheidend, was ihr machen wollt. Wenn ihr etwas rechenintensivere Anwendungen wie zum Beispiel FT8 oder auch FreeDV machen wollt, dann ist es schon ganz hilfreich, wenn man ein neueres Modell hat, wie zum Beispiel den aktuellen Raspberry Pi 4 oder auch das etwas aufgemotzte 3er-Modell, das Modell 3B+. Für alle anderen Anwendungen, wie zum Beispiel einfach nur Logbuch führen oder Funkgerät fernsteuern, da reicht sicherlich auch noch das klassische 3er-Modell und auch das 2er-Modell. Beim 2er-Modell muss man ein bisschen aufpassen. Das klassische 2-Modell B, das ist noch ein 32-Bit-System, wohingegen das 2-Modell B 1.2 schon einen etwas neueren Prozessor hat und mit 64-Bit dann läuft. Klären wir als nächstes, welches Betriebssystem auf dem Raspberry Pi dann laufen kann. Bevor ich das aber mache, noch der Hinweis hier ganz schnell auf den Raspberry Pi 400. Das ist im Prinzip ein Raspberry Pi 4, der in eine Tastatur verbaut wurde. Die Tastatur ist also quasi schon mit direkt dabei, aber dafür hat das Gerät auch einen USB-Port weniger, eben weil der schon intern mit der Tastatur verbunden ist. Was das Betriebssystem angeht, so ist das sicherlich am meisten genutzte Betriebssystem, das sogenannte Raspberry Pi OS, was früher Raspbian hieß. Und von diesem Raspberry Pi OS gibt es drei verschiedene Versionen. Die kleinste Version, das Pi OS Lite, das ist nur eine einfache textbasierte Oberfläche, für den Amateurfunk nicht so wirklich zu benutzen, einfach weil die meisten Programme einen Desktop benötigen und man dann zumindest diese Raspberry Pi OS with Desktop Version herunterladen sollte. Wenn ihr auch über den Tellerrand schauen wollt und so ein paar Zusatzprogramme direkt mit dabei haben wollt, dann lohnt sich der Download dieser etwas größeren Version des Pi OS mit Desktop und empfohlener Software. Das Ganze einfach herunterladen, dann habt ihr eine Image-Datei, die dann als nächstes quasi auf eine SD-Karte geschrieben werden muss. Es gibt aber noch weitere Varianten. Hier seht ihr mal so einen kleinen Überblick, was ich so alles nutze. Was man zum Beispiel machen kann, ist Kali Linux zu installieren. Das ist ein Debian-basiertes Linux, was zum Beispiel im Bereich Pentesting und Hacking und sowas eingesetzt wird. Und da kann man dann eben auch natürlich zusätzlich noch Amateurfunk-Software installieren. Oder aber, was es ebenfalls gibt, Ubuntu. Auch das kann man installieren. Und dann eben entsprechende Software für Ubuntu findet man auch aus dem Bereich Amateurfunk. Wir werden uns aber jetzt konzentrieren auf das Raspberry Pi OS und eine dieser beiden dann nutzen. Was die grundsätzliche Installation des Betriebssystems angeht, das habe ich euch ja schon gezeigt in meinem Video über die Ham Clock. Da nutzt man zunächst den Balena Etcher, um die Image-Datei auf eine Micro-SD-Karte zu schreiben. Dann wird die Micro-SD-Karte in den Raspberry Pi reingesteckt. Dieser mit Tastatur, Maus und Bildschirm verbunden und schließlich dann mit Strom versorgt. Was folgt, ist eine Einrichtung des Raspberry Pi Betriebssystems. Da müsst ihr durch so ein paar Dinge durchgehen, wie zum Beispiel das Passwort ändern. Oder aber auch euren WLAN-Account einrichten, die länderspezifischen Sachen festlegen und schauen, ob es irgendwelche Updates für das Betriebssystem gibt. Außerdem ist es ratsam, auch ein bisschen Fernsteuerungssoftware noch zu installieren, damit man den auch aus der Ferne bequem fernsteuern kann. Wie das im Einzelnen geht, das habe ich euch aber in dem Ham Clock-Video gezeigt und das verlinke ich euch natürlich auch am Ende, sodass ihr da noch mal in aller Ruhe das nachschauen und anschauen könnt. Als nächstes stellt ihr euch natürlich die Frage, wie bekomme ich jetzt Amateurfunkprogramme auf meine Raspberry Pi OS-Installation? Da gibt es natürlich verschiedene Wege und ich zeige euch heute mal vier Stück im Schnelldurchlauf. Möglichkeit 1, ihr kauft einfach ein fertiges Produkt. Das gibt es zum Beispiel von Mike Richards, Golf 4 Whisky November Charlie. Der hat auch ein Buch geschrieben, Raspberry Pi Explained for Radio Amateurs, also sowas wie Raspberry Pi erklärt für Funk-Amateure in englischer Sprache. Auch eine ganz interessante Sache, wenn man in der englischen Sprache mächtig ist. Und er hat auch einen Shop und innerhalb dieses Shops kann man SD-Karten kaufen, fertige SD-Karten für den Raspberry Pi. Und da gibt es zum Beispiel die Variante Pi Data Modes. Für knapp 10 Pfund gibt es die und darauf ist Raspberry Pi OS auf einer 16-Gigabyte-Karte und dazu auch Programme wie FL-Rig zur Kommunikation mit dem Funkgerät, FL-Digi für Digimodes, RTTY zum Beispiel, aber auch WSJTX oder JS8 Call für FT8 bzw. JS8. Viel mehr ist da aber nicht drauf und ihr müsst auch immer bedenken, im Moment aus dem britischen Königreich etwas zu bestellen, könnte vielleicht etwas dauern, etwas komplizierter sein wegen dem EU-Austritt. Die aufwendigste Variante ist es, wenn man alles selber installiert. Das heißt, sich einzeln die Programme raussucht, die installiert und einrichtet. Das ist sehr zeitaufwendig und man muss zumindest rudimentäre Kenntnisse haben, sowohl vom Raspberry Pi als auch von Linux. Zum Glück gibt es eine sehr schöne Anleitung von Karl-Heinz Kravcik, Delta Lima 1 Golf Kilo Kilo, die ich an dieser Stelle auch ganz herzlich grüße. Leider ist die Anleitung aber in englischer Sprache, da der Karl-Heinz auch ein internationales Publikum ansprechen möchte. Wenn ihr aber so ein bisschen der englischen Sprache mächtig seid und so zumindest rudimentäre Kenntnisse in Linux bzw. beim Raspberry Pi habt, dann findet ihr hier eine ganz, ganz tolle Anleitung, wo alles im Detail beschrieben wird, was man so braucht und was man da installieren kann. Zum Beispiel hier WSJTX und dann wird das hier unten drunter, ihr seht das, ausführlich erklärt und beschrieben, welche Befehle man da eingeben muss, um jetzt dieses Programm zu installieren. Wie gesagt, das ist natürlich sehr zeitaufwendig und man muss sich ein bisschen auskennen, sonst funktioniert das nicht. Die dritte Variante ist dann ein Installations-Wizard wie zum Beispiel Build-Api, der automatisch für euch alle benötigten Programme installiert. Den gibt es zum Beispiel von Kilo Mike4, Alpha Charlie Kilo, der auf seiner GitHub-Webseite einen solchen zur Verfügung stellt. Da gibt es eine kleine Anleitung dazu, ihr findet dort eine Installationsbeschreibung, auch ein Video, der hat auch einen sehr schönen YouTube-Kanal, da kann man mal drauf schauen und natürlich eine Liste aller benötigten Programme, beziehungsweise aller Programme, die da so in diesem Installations-Wizard mit enthalten sind. Um das jetzt zu installieren, braucht man natürlich erstmal ein Raspberry Pi OS. Das wird mit dem Balena-Edger auf eine SD-Karte wieder geflasht, dann einmal eingerichtet. Und wenn das komplett eingerichtet ist, dann gibt es hier diesen Befehl, den ihr einmal kopieren müsst, beziehungsweise dann händisch eintippen müsst. Und ich mache das jetzt hier mal auf einem ferngesteuerten Raspberry Pi, mit einem Standard-Raspbian drauf. Und da gehen wir einfach hier in den Terminal rein, fügen den Befehl einmal ein und starten den dann. Dann wird so ein bisschen was aus dem Netz runtergeladen und gestartet. Und dann kommt ihr zu einem Installations-Wizard. Der weist euch darauf hin, dass das Ganze bis zu vier Stunden dauern kann. Das natürlich nur, wenn ihr eine sehr langsame Internetverbindung habt und wenn ihr wirklich alles in diesem Wizard auswählt und installiert. Ja, einmal dann auf Weiter, auf Continue drücken und dann müssen wir als nächstes unser Rufzeichen hier eingeben. Solche Eingaben, die kommen auch immer mal wieder zwischendurch während der Installation, je nachdem, was ihr da installiert habt. Dann gibt es vier Installationsbildschirme, wie zum Beispiel hier den mit den Base Applications. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einen Hotspot zu installieren, den GPS-Software, den Pulse-Sound-Server oder Hamlib, um hier das Funkgerät zu kontrollieren. Ja, da wählt man jetzt einfach aus, was man haben will. GPS bitte nur auswählen, wenn auch wirklich am Raspberry Pi ein GPS dran angeschlossen ist. Und ja, wenn ihr dann alles ausgewählt habt, was ihr braucht, ich würde euch diese Sache hier empfehlen, diese Auswahl empfehlen, dann einfach unten einmal auf Next gehen. Oder eben, wenn ihr alles haben wollt, Check All and Continue anklicken. Ja, wie gesagt, zwischendurch kommen dann solche Abfragen hier immer mal wieder. Wenn man zum Beispiel den Hotspot auswählt, dann muss man hier natürlich ein WLAN-Passwort für das heimische WLAN angeben und auch ein Passwort für den Hotspot, für die Hotspot-Funktion selber. Auf der nächsten Seite können wir dann Installationen auswählen, was die FL-Digi-Suit betrifft. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel so Sachen wie FL-Rig, welches die Kommunikation zum Funkgerät herstellt, oder FL-Digi, das Digi-Mode-Programm, mit dem ihr zum Beispiel RTTY und Ähnliches machen könnt. Hier dann wieder das auswählen, was ihr haben wollt und unten einmal auf Next klicken. Die dritte Seite zeigt euch dann einige Amateurfunk-Applikationen, Programme, wie zum Beispiel WSJTX, JS8 Call, aber auch CQR-Log, also ein Logbuch-Programm ist da drin, oder Chirp, dieses Programm zum Programmieren von Handfunkgeräten oder auch dem ICOM IC705, den kann man damit auch programmieren. All das ist möglich. Hier dann wieder das auswählen, was ihr haben wollt. Eine kleine Beschreibung steht immer in englischer Sprache auch dahinter. Auch HEM-Clock ist übrigens dabei. Und wenn ihr das alles ausgewählt habt, dann wieder unten einmal auf Next. Hier seht ihr dann wieder einige der Konfigurationssachen, wie zum Beispiel für die HEM-Clock müssen wir auswählen, wie groß die installiert werden soll. Oder hier, wenn ihr Winlink habt, dann euer Winlink-Passwort und das Grid-Square. Zu guter Letzt haben wir dann diesen Utility-Screen. Das ist der vierte Auswahlbildschirm, der letzte Auswahlbildschirm. Hier können wir auswählen noch so kleine Zusatzprogrammchen, wie zum Beispiel so ein Dipol-Rechner oder auch ein Log-File-Viewer, Pi-Stats, also ein Statistikprogramm für Pi, etc. Hier so ein bisschen vorsichtig sein, weil auch Sachen da auswählbar sind, wie VNC, die schon installiert sind. Und dann einmal unten auf Install selected, um dann die Installation zu starten. Ja, und dann läuft die Installation. Wie gesagt, das kann ein bisschen dauern. Bei der Auswahl, die ich hier so getroffen habe, da hat es ungefähr, naja, knapp eine anderthalb Stunden gedauert, bis alles heruntergeladen und installiert war. Wenn dann alles durch ist, dann bekommt ihr hier auch einen Hinweis darauf. Ihr könnt dann entweder das Fenster schließen und manuell neu starten oder ihr klickt hier einmal auf Reboot Now und dann wird der Raspberry Pi für euch neu gestartet. Wenn der Neustart dann durch ist, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Ihr habt hier so ein Build-A-Pi-Hintergrund und hier an der Seite läuft Konki mit so ein paar Informationen, wie zum Beispiel eurem Rufzeichen, der lokalen Zeit und der Sulu-Zeit, also UTC. Und wenn wir jetzt hier einmal auf das Menü klicken, dann findet ihr hier jetzt ein Untermenü Amateurfunk und dort sind dann die ganzen Programme drin, die ihr für die Installation ausgewählt habt. Wenn wir hier einfach mal eins starten, wie JS8 Call zum Beispiel, dann läuft das jetzt hier. Hier müsst ihr aber natürlich jetzt noch die normale Einrichtung im Prinzip vornehmen. Das heißt, euer Rufzeichen zum Beispiel hier eintragen und euren Locator und dann könnt ihr hier mit der Konfiguration fortfahren und das Programm dann nutzen. Die letzte Möglichkeit, die ich euch dann zeigen möchte, ist HamPi von Whisky3 Delta Juliet Sierra. Der hat einfach das ganz normale Raspberry Pi OS in der Full-Version genommen, also mit den ganzen empfohlenen Zusatzprogrammen und hat dann noch ein paar Dutzend Amateurfunkprogramme hinzu installiert. Nachdem das alles eingerichtet war, hat er das als Image-Datei wieder weggeschrieben und diese Image-Datei, die könnt ihr euch jetzt hier einfach auf seiner SourceForge-Seite herunterladen. Die wird dann mit dem Balena Etcher auf eine leere Micro-SD-Karte geschaufelt und danach kann man das Ganze auch schon starten und es ist alles schon installiert. Bevor wir uns das jetzt anschauen, noch ganz kurz der Hinweis auf eine Groups.io-Seite zum HamPi. Da findet der Support statt und hier findet ihr im Messages-Bereich jede Menge Themen zu dem HamPi-Projekt und dort könnt ihr auch Fragen stellen, wenn ihr euch vorher anmeldet und die natürlich in englischer Sprache stellt. Wenn der Raspberry Pi dann gestartet ist und HamPi geladen wurde, dann seid ihr hier direkt in der Benutzeroberfläche, direkt auf dem Desktop und hier habt ihr so einen kleinen Hinweis. Das ist einfach ein Warnhinweis von dem Autor Whisky3 Delta Juliet Sierra. Der möchte von euch gerne eine QSL-Karte per Post geschickt bekommen und wenn er die bekommen hat, dann schickt er euch im Gegenzug eine Anleitung, um diesen Warnhinweis bei jedem Start zu entfernen. Aber keine Sorge, ich zeige euch auch am Ende, wie ihr das entfernen könnt. Ja, einmal hier auf OK geklickt, dann bekommen wir hier noch einen Hinweis darauf, dass das Default-Passwort natürlich hier noch installiert ist und dass man das ändern sollte. Das ist natürlich klar. Grundsätzlich ist hier eigentlich alles schon eingerichtet, bis auf zum Beispiel solche Sachen wie das WLAN, das ist hier noch nicht aktiviert, oder auch solche Sachen wie zum Beispiel die Tastatur, welche Tastatur ihr nutzt. Und das sind einfach Sachen, die müssen dann jetzt hier noch eingestellt werden. Denn das kann man zum Beispiel über die Raspberry Pi Configuration machen. Ja, wenn wir hier mal einen Blick drauf werfen auf hier die Programme, dann seht ihr, hier sind die ganzen Programme auch drauf installiert, die bei der Standard-Full-Installation mitgeliefert werden. Darüber hinaus sind noch so ein paar zusätzliche Sachen mit dabei. Die findet ihr hier unten im Bereich Ham Radio. Wie nicht anders zu erwarten, ihr seht, hier gibt es jede Menge Unterverzeichnisse für Antennen-Analyzer, Antennensimulation, APRS-Programme, Rechner, dann haben wir hier DRATs mit drauf, so eine D-Star-Geschichte ist das, glaube ich. FL-Digi ist komplett mit drauf, also die gesamte FL-Digi-Suite. Dann haben wir hier Logbuch-Programme, wir haben hier Programme für Morsen, PSK-Programme sind hier drauf, Sachen für SDR, wie Cubic-SDR zum Beispiel, Trainingsprogramme für die US-amerikanischen Lizenzen und ihr habt hier den Bereich Week-Signal, wo so Sachen dabei sind wie WSJTX, JTDX, JS8 Call oder eben auch der Grid-Tracker, den ich euch ja auch schon mal vorgestellt habe. Dann gibt es hier noch diverse andere Sachen, wie zum Beispiel das digitale Sprachprotokoll, Free-DV für die Kurzwelle oder so Sachen wie die Hem-Clock, wo ich auch schon mal ein Video drüber gemacht habe und, und, und. Auch was für SSTV ist hier mit dabei. Ihr seht also eine ganze Menge an Programmen, die hier vorinstalliert sind und die man dann entsprechend nutzen kann. Natürlich müssen auch diese Programme noch entsprechend konfiguriert werden. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal WSJTX einfach aufrufen und starten, dann kommen wir natürlich hier ebenfalls in diese, oder müssen wir hier in die Konfiguration rein und da natürlich noch alles entsprechend eintragen. Dann gehen wir auch noch ganz schnell auf die allgemeine Konfiguration ein, geht dazu auf Einstellungen und dann auf Raspberry Pi Configuration. Dort dann einmal anklicken, Passwort ändern und dann geben wir hier ein Standardpasswort ein. Ich gebe hier zum Beispiel einfach mal Pi und Pi ein. Das Ganze einmal bestätigen und dann haben wir das geändert. Außerdem müssen wir hier in der Raspberry Pi Configuration noch die Localization anpassen. Da gibt es dann einmal den Punkt Set Locale. Da wählen wir dann einmal aus German und klicken hier auf Country Germany, bestätigen das mit OK. Dann wählen wir als Time Zone einmal Berlin aus und wenn wir das dann gemacht haben, dann können wir als nächstes noch das Keyboard ändern, das Keyboard Layout, damit auch die deutschen Sonderzeichen eingegeben werden können. Dazu einmal hier auf Layout klicken und dann Runterscrollen auf German und dann das Auswählen noch mal bestätigen. Und zu guter Letzt setzen wir noch die WLAN Country. Da einfach natürlich auch in Germany einmal auswählen und dann können wir danach auch das WLAN konfigurieren. Um das WLAN einzurichten, klicken wir einmal oben auf Turn on Wi-Fi. Dann einen ganz kurzen Moment warten. Der schaltet dann das ein und scannt nach verfügbaren WLAN-Netzwerken. Dann noch mal draufklicken und dann seht ihr, haben wir jetzt hier einige Netzwerke verfügbar. Da wählen wir dann eins aus und geben unser Passwort einmal ein und bestätigen das damit OK. Wenn das dann erledigt ist, dann wird das Netzwerk gesucht und sich eingeloggt und seht auch oben, das hat jetzt geklappt. Und wenn wir mal darüber gehen, dann seht ihr auch die IP-Adresse und über diese IP-Adresse können wir dann eine Verbindung zum Beispiel mit VNC dazu aufbauen. Zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie ihr diesen Warnhinweis hier entfernen könnt, der jedes Mal aufplöppt. Dazu einmal hier auf OK klicken. Dann öffnen wir einmal ein Schellfenster. Das mache ich mal gerade ein bisschen größer für euch, dass ihr auch besser sehen könnt, was jetzt passiert. Und wir müssen das auch ein bisschen hier nochmal aufziehen. So, und jetzt machen wir folgendes. Wir schauen uns erstmal an, in welchem Verzeichnis. Wir sind mit pwd, Print Working Directory. Normalerweise sind wir im Home-Verzeichnis des Nutzers Pi. Und von hier aus gehen wir dann einmal in den Unterordner config.config.com rein. Dann von hier aus weiter nach lxsession und von hier aus nach lxde-pi. In dem Verzeichnis haben wir dann hier einige Dateien drin, unter anderem die Datei Autostart, die wir jetzt gleich editieren werden. In der Datei Autostart werden zwei weitere Dateien aufgerufen, und zwar einmal qslware.sh. Das ist die Datei, die diesen Warnhinweis jedes Mal aufplöppen lässt. Und auch noch die Datei boink.sh. Das ist etwas, wo im Hintergrund ein Programm läuft, das dann quasi Rechenzeit einem wissenschaftlichen Projekt zur Verfügung stellt. Das kann man machen, wenn man das gut findet, wenn man das unterstützen will. Es wird auch in der Anleitung darauf hingewiesen, dass das passiert. Aber es verbraucht natürlich erstens Rechenzeit, es verbraucht Akku, je nachdem, wenn ihr das zum Beispiel über eine Powerbank laufen lasst. Und es verbraucht auch Datenvolumen übers Netz. Von daher ist das so eine Sache, und deswegen werde ich beides ausschalten. Ihr könnt wahlweise auch unten dieses Remove-Nag-Dialog aufrufen. Dann wird allerdings nur dieser Warnhinweis gelöscht und nicht dieses Programm, was noch im Hintergrund läuft. Wir geben jetzt einmal ein sudo nano und dann autostart. Und damit rufen wir jetzt hier diese Autostart-Datei im Editor auf. Und da seht ihr schon, haben wir hier diese beiden Zeilen hier am Ende. Und die werden jetzt einfach einmal kurz rausgelöscht. Und wenn das dann rausgelöscht ist, dann können wir das Ganze auch schon wieder verlassen. Dazu einmal STRG-X drücken. Dann werdet ihr noch gefragt, ob gespeichert werden soll. Das einmal mit Ja bestätigen. Dann wird nochmal der Dateinnahme abgefragt. Auch den bestätigen wir mit einem einfachen Return. Und dann ist das Ganze gespeichert. Und ihr seid erstens diesen Warnhinweis los. Und zweitens auch das Programm, was im Hintergrund Rechenzeit verballert. Soweit mein Video zur Frage, wie bekomme ich Amateurfunk-Software hier auf den Raspberry Pi drauf. Wenn ihr da noch mehr wissen wollt, dann schreibt mir das gerne hier unten in die Kommentare rein. Dann machen wir noch ein weiteres Video zum Thema Amateurfunk und Raspberry Pi. Ihr findet unten in der Videobeschreibung natürlich auch alle Links zu den ganzen Webseiten, die ich euch heute gezeigt habe. Dort findet ihr auch nochmal das Hemglock-Video verlinkt, wo ich so ein bisschen auch detaillierter nochmal auf die Installation von Raspberry Pi OS eingehe und das auch zeige, wie man das mit dem Balena Etcher auf eine Micro-SD-Karte bringt. Und natürlich findet ihr auch diesen Balena Etcher hier unten verlinkt. Ja, und wenn ihr auch so schöne T-Shirts haben wollt, die von einem erstklassigen Designer entwickelt worden sind und mit denen ihr auch den Kanal so ein bisschen unterstützen könnt, dann findet ihr dazu ebenfalls hier unten in der Videobeschreibung einen Link. Dazu aber dann mehr in einem der kommenden Videos. Wenn euch dieses Video hier schon gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne könnt ihr mir auch einen Daumen nach oben dalassen. Empfehlt mich weiter, empfehlt das Video weiter in euren Ortsverwänden, euren Funkfreunden, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Und bitte denkt auch darüber nach, den Kanal zu abonnieren, damit ihr eben die kommenden Videos nicht verpasst. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.